Woher bin ich? Ich bin der Thomas Kofler. Ich bin auch ein Familienmensch. Natürlich habe ich zwei Kinder. Und jetzt natürlich im Sport mit Radfahren. Ich bin Teammanager vom Team Veradlberg. Und der Sport, Gesundheit, irgendwo das Thema Wohlfühlen ist natürlich auch sehr wichtig. Nicht nur für mich persönlich, sondern auch für unser Umfeld und auch für die Athleten. Mir taugt es einfach. Ansonsten denke ich mir, macht man das auch nicht. Weil Sport ist natürlich auch nicht immer nur Wohlfühlen. Es gibt natürlich auch Ellenbogen und Gegenwind. Da ist es noch wichtiger, dass man gut schläft. Ich habe da immer relativ schwere Einschlafthemen gehabt früher. Das kenne ich nicht mehr. Das hat bei mir wirklich den Effekt ausgelöst, dass ich ins Bett liege und im Endeffekt gut durchschlafen kann. Das war für mich neu. Und das ist für mich ein neues Lebensgefühl. Für mich ist das wirklich der Effekt. Und wo ich wirklich sagen kann, das war auch auf Samina zurückzuführen. Einerseits. Und das andere ist halt, meine Frau sagt, ich schnach nehme. Oder was auch immer das war, ob das Schnauen war oder so. Aber ich glaube, das ist schon spannend. Durch die leichte Schräglage war für mich komplett neu. Aber man hat mir das so gut erklärt oder uns, dass das so nachvollziehbar ist, dass es im Endeffekt richtig ist. Man wird nicht nur irgendwelche Eigentümer von einem Samina Schlafsystem, sondern man begreift, warum man das macht. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Seit ich mit dem Schlafsystem unterwegs bin, bin ich sehr wenig vor dem Fernseher. Weil ich einfach gerne ins Bett gehe. Das klingt jetzt total doof und einfach. Aber ich habe schon länger begonnen zu lesen, relativ viel. Und was ich gerne mache, ist einfach ins Bett gehen und lesen. Und das hat für mich eigentlich jetzt mehr Lebensqualität. Weil ich denke, ich bin, was das anbelangt, schon ein relativ ausgewogener Mensch, dass ich einfach wirklich eine vernünftige Schlafkapazität am Tag oder in der Nacht ausfüllen möchte. Und ich glaube, der gesunde Geist und der gesunde Körper gehören zusammen, um irgendwo die Balance dann zu finden. Weil eben die Tage natürlich nicht mehr ganz stressfrei herunterlaufen. Aber umso mehr freut man sich, wenn es dann wieder mal dunkel wird und jetzt sowieso. Also nein, ich denke mal rundum, ist das einfach eine lässige Geschichte. Ja, absolut. Aus dem einzigen Grund, weil ich einfach zufrieden bin. Meine Frau ist zufrieden. Meine Kinder sind zwar schon älter, aber sie sagen, du, lass mal drinnen schlafen und so. Also das alleine zeigt ja schon, dass das nicht nur irgendwo ein Gag ist oder so, nur weil jetzt auf Deutsch gesagt Samina unser Partner ist, sondern das ist schon aus tiefster Überzeugung. Und ich war am Anfang natürlich, ich war nicht skeptisch, sondern ich habe gesagt, ich möchte es probieren. Und das hat mich einfach überzeugt, weil ich es einfach jetzt tagtäglich nutze. Und ich glaube, mehr muss ich nicht dazu sagen. Ich bin eigentlich happy und glücklich, dass wir da mit Samina zusammenarbeiten dürfen. Und das ist auch ganz anders. Ja, es ist wirklich hilfreich. Ja, das war es ja auch. Wirkliche genommen. Untertitelung des ZDF, 2020